So, da an der Nächste. Ach, die Musik. Echt geil. Genau, wenn wir jetzt viel weiter rechts lenken, dann können wir den, der auch wozu kommt, dann noch kriegen. Mhm. Ich versuch mal den da hinten noch. Uuuuh. Wir holen uns gleich den vor uns. Rechts oder links? Äh, rechts, rechts. Los geht's rechts. Jawohl. Und nochmal eins. Jawohl. Und? Ah, sehr schön. Dann Segel hoch. Ne, das sind dann direkt jetzt ein bisschen mehr als 30 Kanonpool. Ich finde, das lohnt sich schon. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Links ist auch Supplies, dann versuch ich's auch. Jo, Kiste geschnappt. Mit 19 Bretter leider nur. Aua. Was war denn das jetzt bitte? Ja, Schiff. So. Boah. Klappt's? Ich schieße aufs Schiff gleich. Ja. Und die eine Kiste habe ich. Links ist auch ein Schiff. Links. Ich bin rechts. Ich gehe links. Uh. Jawohl. Das ist geil. Zwei Seiten hier. Ey, was war denn das jetzt? Ich habe verschossen deswegen. Das war ein anderes Schiff. Das werde ich melden. Das werde ich melden. Das zeige ich meiner Mama. Rechts ist leider kein Loot gespawnt. Leider nicht. Sonst irgendwo was. Dann sehen wir alles, oder? Ja. Dann fahren wir jetzt nach links. So, jetzt kommt dann gleich rechts das Schiff. Das Da haben wir gleich Range dazu. Und Loot hätten wir auch, aber egal. Ah, nächste Welle. Jawohl, sehr schön. Kenntengeschoss macht's fertig. Kein Loot. Aber das ist eine Fasserwisch-Session. Wir haben noch zu wenig Kanonenkugeln, oder wie? Achso, wir haben nicht gesehen. Achso. 48 Kanonenkugeln. Das wird nix. Sag ich. Ja, versuchen wir's mal. Okay. Jetzt schießen wir ja doch mit Kanonenkugeln. Ich sag, jetzt kommen wir auf null raus. Kann ich garantieren. Das wird nix. Oh. Wir müssen das ja auch sparen, ey. Okay, wir haben rechts wieder Loot. Ich darf euch dann gleich mal reparieren. So. Und? Auch Loot? Okay, äh, schöpfen. Jetzt. Ja. Oh Gott. Ich repariere. Ihr könnt schöpfen. Äh, ist Kalt noch. Da ist sogar Loot, seh ich grad. Oh, oh, Vorsicht. Ja. Den Loot kriegst, oder? Ja, wir haben gesehen. Bloß, bin wir grad mit Schöpfen beschäftigt. Hinten sind noch vier Löcher. Ich bin dran. Ja. Was hat uns denn da erwischt? Zwei Löcher noch? Okay. Wo ist denn der Loot? Da ist der Loot. Okay, ab jetzt ist das ein Griff. Sehr gut. Und wir haben genau voraus rechts Loot. Warte, ich fahre uns ein bisschen mehr nach rechts. Letz'a. Ich weiß nicht, soll ich die boarden? Ja, mach das. Gute Idee. Nein, jetzt bin ich runtergefallen, aber vielleicht war das ja sogar gut. Die Aggressiven hier. Haha, aua. Bleiben wir eigentlich so im Feuerwinkel? Äh, jetzt im Moment schon, weil wir keinen Speed haben. Ich hab's ja anhaponiert, deswegen. Okay. Ich schaffe's zu boarden. Ich muss... ...schöpfen. Bin an Bord. Unten schaut's gut aus. So, unten ist voll schon. Sehr gut. Und sogar ein Loch, das bewache ich jetzt. Ich geh mal reparieren unten bei uns. Ja, ein Loch muss ich hier hart bewachen, dann klappt das aber alles. Wir hängen hinten dran. Wir schießen jetzt auf die Geisterschiffe, oder? Ja, genau. Achso, verstehe. Müsste gleich sinken. Also, wenn ich's hier noch weiter hinkrieg. Ja. Drei Partner basteln's auf mich, aber ich krieg's schaff's. Das macht lauter. Hahaha. Mit der Musik, ey. Ja, schon. Haben wir Segel drin, oder? Also, alle eingefahren, oder? Chris? Ja. Wir hängen einfach hinten dran. Voll geil, wir surfen damit. Na komm, geht doch runter. Alter, wie gesagt, nur ein Loch haben sie euch. Ich muss mal grad Luft holen jetzt. Das kann... Alter, geh mir aus dem Weg. Scheiße. Au, jetzt hat er mir noch mich geschossen. Nein, das Loch wird grad repariert. Nein. Nein. Ich hab's geschafft, okay, das Loch ist voll, aber sie sind schon zu dreiviertel voll und ich hab keine Nahrung mehr. Könnt ihr schießen? Nein, Moment, ne? Wir hängen hinten dran. So, ich geh mich mal aufsupplein. Oh nein. Aber bald haben wir sie. Ich wusste Luft holen, deswegen, äh, konnte ich das nicht weiter bewachen. Wird auch überbewertet, ne? Atmen. Atmen ist ja langweilig. Wollen wir irgendwo Supplies? Ne, dann können wir jetzt eigentlich Gas geben. Ich schau mal, dass ich es rammen kann. Nein, Starlight ist getroffen. Naja, das dürfte ausreichen. Ich hab's jetzt gerade getroffen. Mit unserem Schiff. Wieder am Surfen. Geil. Ist echt nice. So, ich versuch mal, Wasser rüber zu schöpfen. Okay, ich baue dir wieder. Aber hol mir diesmal was zu essen. Alter. Ja, das schaffe ich nicht so. Oh, sind sie gesunken? Sieht das so aus? Ne. Echt? Ne? Na, sie schießen noch. Aber die schießen noch für uns auf die Geisterschiffe, oder? Ja, ja, genau. Ist eigentlich voll geil. Sie schießen nicht auf uns, sondern auf die Geisterschiffe, wenn wir hinten dran sind. Ist echt genial. So, ich steuere mal das Schiff ein bisschen weiter nach hinten. Was ist denn da? Ach so, shit. Ich kann ja gar nicht steuern. Ah, okay. Weil jetzt schlägt der Fone nicht mehr an. Ah, ja, genau. Dann sind sie jetzt down. Dumm. Der Fone sieht aus, ey. So. Ah, vor uns sind Geister-Supplies, sehe ich gerade. Genau geradeaus. Aber jetzt holen wir erst mal den Loot. Ich packe alles in die Hauptkiste um. Mhm. Die Musik, ja, hör doch mal auf. Die Musik echt. Voll geil. So, der Loot ist da. Genau. Genau vor uns ist es. Ich nehme ab. Äh, ja. Wer schießt denn da die ganze Zeit? Wir sind doch gar nicht da. Die schießen dann ja nicht auf uns. Die schießen irgendwo anders hin. Schießt du die Inseln? Nee. Hast du deine Tabletten wieder nicht genommen? Hm. Ja, ich höre aber auch, ist das das Gewitter oder? Ist das die Stütze? Hm, ich weiß da nicht. Gut, eins liegt noch irgendwo drin, oder? Ja. Ah, da ist es gerade am Hoch. Komm. Gut. So, die Geister-Supplies noch, oder? Ja, geradeaus. Gebt mal das Segel. Da, 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 da. Geil. Wir haben noch normale Supplies, geradeaus rechts. Da, 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 da. Ah, da, 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 da. Keine Ahnung, na, na, hapune? Hallo? Nee, war keine Ahnung, na, hapune? Aber da ist ja so schnell, oder? Nee, ich hab jetzt das Segel rausgenommen. Das ist ein Schädel? Ah, das ist die Insel, die schießt. Das ist ja witzig. Ich habe hier nur einen Schädel und keine Supplies. Echt? Hä, nee, da ist eine Kiste. Die sehe ich im Wasser. Genau. Bei den Schädel nehmen wir auch mit. Zwei Schädel sind nur im Wasser, ja. Geil. Ich nehme die ab. Wenn du treffen würdest. Ich gehe wieder. Ich lenke mal das Schiff. Verzeihung. Achso, dann so. Dann links. Dann mach du mal, Bigby. Genau, da sieht man es. Jawohl. Dann gehe ich reparieren. Sehr gut. Und wir geben Gas, oder? Ja, wir geben Gas. Wir fahren um die Insel rum. Wir fahren am besten so links rum um die Insel. Äh, rechts rum. Wo müssen wir denn überhaupt jetzt hin? Ich sehe gerade keine Geisterschiffe, aber die müssten ja irgendwo um die Insel rum sein. Also die anderen sind gerade am Plan der Outpost. Der andere Botschafter. Wie viel haben wir denn jetzt? Dann könnten wir schon hinfahren. Na ja, wobei... Na ja, wobei... Bitte? Machen wir halt, dann können wir jetzt aber die auch schnell fertig machen hier, weil... Wenn der jetzt einfach sich auslockt, dann sind wir hier rausgefahren. Ja. Auf wen schießt eigentlich die Insel? Ja, aber da sind keine, wo die hinschießen. Hinter uns sind sie, oder? Hä, stimmt. Die schießen jetzt nichts? What's wrong with you? Stimmt, jetzt sind sie hinter uns. Hä, jetzt sind sie hinter uns. Da war doch vorher kokona. Aber da schwirrt nur, dass du jemanden abgesoffen vielleicht. Ich dachte eben noch, dass hätte ich mir eingebildet, das Ruderboot. Scheint aber nicht so. Ach, krass. Noch mal Supplies rechts. Ach, da ist denn du, der Boot, genau. Ja, die treffe ich, die Fässer. Der Schnitter von vorher vielleicht. Schön, 89 Kanonkugel. Oh, Kinder Country, ne? Oh. Wo ist denn jetzt das Geisterschiff? Ja, das ist hinter uns. Wir fahren quasi einfach... Immer noch hinter uns. Ja. Normalerweise wechseln die doch, oder? Das ist alles. Ja, jetzt halt. Wir leben bloß in den Stift, oder? Alles andere haben wir versenkt. Ja, genau. Aua. Will ich dir mal jemanden debattieren? Ja, genau, du machst schon. Ich bin im Mast vorne. Achso, unten noch. Unten ist noch was. So, dann haben wir gleich Schuss. Yep. Oh, wir sind ja auch nochmal... Oh, nee, dann hab ich mich verrechnet. Äh? Habt noch mal oben? Wir haben ja neue gesammelt. Wow. Yep. Schlimm, schlimm. Das heißt, wir haben jetzt in der Kiste 117 Kanonbuken, plus noch das, was wir am Mann haben. Aua. Hm. Jawoll, sehr schön. Das war... Nee, doch nicht. Achso, das ist ein... Großes Schiff. Was hat der für eine Hitbox gehabt eben? Habt ihr gesehen? Ja, ja. Direkt vor uns ist es aufgeprallt, schon die Kanonkugel. Genau, das ist ein Richt... So muss es laufen. So ist ein... Angriffskurs. Traumhaft. Wer ist denn das? Ach, du sogar. Ach, du sogar. Das hab ich jetzt nicht erwartet. Oh mein Gott, ich kippe mich fast. Ich geh reparieren, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Der war ja echt asozial jetzt. Da, Leute. Tu sogar. Ups. Ja. So, jetzt haben wir den fertig gemacht. Und das Einzige... Ach nee, haben wir noch nicht. Noch nicht ganz. Ich schäme mich. Ja, das ist noch eine Kiste im Wasser. Das ist ja keine Kanonkugelkiste oder sowas. Ja, es schaut aus, als wäre da vorher mal ein Schiff runtergegangen. Ja. Genau. Muss in der Spielerschiff.